Okay, hallo zusammen, herzlich willkommen zur Glatisch-Sünder. Jetzt einmal ganz tief einatmen und wieder ausatmen und tief einatmen. Und wieder ausatmen und ein letztes Mal tief einatmen. Und ausatmen, super. Erstmal beide schon wieder richtig schnell nach ihren Kreisen. Und dann ziehen wir die Schultern hoch und oben gehen. Ausatmen, ab, hoch und tief, genau. Ausatmen, einatmen, aus und einatmen. Gehen wir noch, ja. Perfekt. In der nächsten Runde strecke ich wieder ganz, ganz knapp. Okay, wir bleiben hier erst mal an. Komm nach oben, einatmen und ausatmen. Füße die Arme oben absetzen. Lang, gleich einatmen. Und ausatmen, noch mal tief einatmen. Super. Ausatmen, lang bis hier oben, auf den Zehenspitzen. Arm nach oben, jetzt ziehe ich mich richtig, richtig nass. Ja. Super. Richtig nachstreckend. Genau. Und hier noch mal einatmen. Und mit der Ausatmen, du gehst und kommst. Geht sich gerne mal an, kommst du auf der Seite. Ausatmen, gerne an. Einatmen, streck dich lang. Und wir ausatmen. Und nach oben, einatmen. Genau. Und noch einmal. Und noch einmal. Letztes Mal. Wir bleiben einsam. Ausatmen, streck dich tief und wechseln einmal. Andern. Arme zu drehen, sehr genau. Ich mache euch noch mal Richtung wechseln. Perfekt. Super. Drehen. Halt den Lippen. Mal nach oben. Lege die Hände auf die Schulter. Auf und nach. Nach hinten gezogen. Sehr gut. Die Schulter ist schon unten zusammen. Nicht hier. Sehr, sehr gut. Arme ein bisschen anregen. Und zieh es nach hinten. Du machst deine Schulter, wenn du da hinten zusammenkommst. Ganz klein. Sehr gut. Bein. Bein. Ja. Und nur noch die Arme richtig schön nach unten. Seht ihr das? Die Beine der Schulter sind nach hinten. Gut. Erst noch mal richtig schön lang strecken. Einatmen. Und mit Schwung vorbei. Über deine rechte Seite nach unten. Und ausatmen. Über deine linken Seiten nach unten. Der streckt ein. Ausatmen. Ausatmen. Die Arme zur Seite. Als würdest du die Hände gegen eine Wand. Rücken. Die sind ja alles. Reißen. Jetzt mal. Mein linksbein. Alles. Auf einem Bein stehen. In die Hand. In die Richtung. Noch mal richtig. Sehr gut. Super. Okay. Erst die Arme der Zentimeter nach oben zeigen. Einatmen. Mit der Hauptsache. Zang. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Super. Messen. Ein Fuß am Boden. Oder an der Wand. Was du nicht gehst. Super. Ein bisschen noch. Sehr gut. Jawohl. Ja, ihr haltet. Dein rechter Arm streckt nach oben zur Decke. Der nächste Seite. Weg. Nach hinten. Überlegst deine linke Hand. Entweder aus der rechten Vorwaffe. Acht. Achse noch ein bisschen weiter hoch. Hältst hier. Ja. Genieß die Länge. Meine Fingerspitzen. Bis den Zehenspitzen. Wenn du in die Klappenbewegungen. Lassen. Ganz hinein. Bis zuvor. Halt noch mal tief. Einatmen. Ausatmen. Ab. Lassen. Kommt zum nächsten Mal ganz langsam. Kommt die Seite wechselt. Wechselt. Hier mit den Beeren nach oben. Und ganz langsam. Hier nach oben. Reisen. Das sieht aus. Da kannst du gleich besser. Du streckst wieder. Atmen. Ein. Ausatmen. Die Arme zur Seite. Klapp. Reisen. Hoch zu. Und das rechte Bein. Ein bisschen anheben. Gut. 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 Lass die Rechte nach oben zeigen. Und mit der Aussage gehen die Hände auf die Schultern. Gut. 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 Gut,It wird das rechte man hier am linken Hüften noch hoch. Gut. Gut, mit dem Blick hoch. Aus, und dann lösen wir aus, mal tief einatmen, und ausatmen, wieder das Rücken abrollen, noch einatmen, dann drück mal die Anzeige an zu deinem Schluck und nach hinten ausatmen, tief vorwärmen, noch mal tief einatmen, und ausatmen. Letztes Mal tief einatmen, und ausatmen. Super, komm mal rein, auch von hier und von hier auf in den Boden. Schau mal, nach hinten richtig schön viel Platz aus. Die Füße sind schon frei geöffnet, auf dem Boden platzieren, du richtest dich auf mit deiner Eindrunde, und ausatmen, holen den Rücken richtig schön nach hinten rausrücken, noch ausfüllen, wieder aufrichten, einatmen, und ausatmen. Und noch einmal tief einatmen, aufrichten, ausatmen, und hier gleiche Beine, bei den Arm, also vor uns wieder schön in der Rücken, schick dein rechtes Bein dann an, sowas. Dein rechtes und wie es die auf der Höhe sind, hälst hier, dann lässt du jetzt mal die Seiten, schreibst das linke Bein raus, einatmen, wieder, und dann zurück, super, mit dem Fuß wieder absetzen, loswerden, einatmen, und einatmen, und ausatmen. Du atmest durch die Nase ein, und durch den leicht geöffnet Blut, wieder ansatmen, ja, wieder tief einatmen, super, und ausatmen wieder zurück, die Arme wieder nach vorne, schon ganz zurück, rechts einstrecken, das linke Bein strecken, und halten, genau, Lass den Atem weiter ließen, super, ganz ein bisschen noch, ja, drei, schön, zwei, und langsam wieder absetzen, richtig, auf, einatmen, und dann kommen langsam, ganz langsam nach unten, nach die Matte, und dann werden wir veratmen, die Höhung bestimmt, für die Augen ist, super, ein bisschen ausatmen, auch nicht nach vorne, und dann hebst deine Beine an, und sie sollen gleich bewegt sind, arm ist tief ein, und ausatmen, und den Oberkörper anziehen, die Schultern zu, und du entscheidest, ob die Arme und vorne sind, oder, ob du lieber die Kälte mit den Knochen gestern, ein bisschen die Nacken zu stützen, verhältst du hier, stell dir vor was den ganzen Händen für den Moment, ausatmen, Z, Z, links, hoch, rechts, z, z, ausatmen, ein, aus, und weiter, noch, sehr gut, wie gesagt, was du hast, alles gut, ausatmen, aus, und rein, und rein, ausatmen, von den Geschweine nicht in den Körper, bitte, in der Gürtel, 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 und strecken, und rollen, links, und mittel, von rechts, super, links, und bitte, noch mal, strecken, und rollen, strecken, und rollen, ja, richtig schön da, eine Runde noch, gut, gut, ist gar nicht geschafft, ein bisschen noch, ja, drei, sehr gut, zwei, und lösen, genau, letzte Füße, ernst mal nach, und walk-up ab, und los, gleich, bis hier kommt man nach rechts, links, das Angenieren, das hier, ein Stück lang, kannst du es gehen, das mal so, bis sieben, und dann lösen sie gleich, bis zum Rollo, okay, du okayst eine Beine an, und das ist, dieses Rechen wie zum Fuß, und es ist dicke Beine an der Ambulanz, wenn du da jetzt die Beine Hände so, dann liegt fast, dann wird sich direkt erlassen, und legt sich an deinen rechten Fußmöchern, die nächste Fahrt, immer an deine Lendenflieh, in die Seite, in die Seite, ja, atmet tief ein, jetzt ausatmen, hoch, und das linke Beine an, tief einatmen, und ausatmen, und aufatmen, die nächste ist die Seite, sehr gut, jetzt ist den Rand, wenn du sagst, es ist sehr unangenehm hier, dann nimmst du die Hände wieder, hinter den Kopf, hoch, 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 jetzt strecken wir uns einatmen, ziehen, lassen atmen, riesen atmen, die Nase rein, jetzt kommt euch gleich, aber du musst wieder ausatmen, hoch, hoch, sehr schön, hoch, mit, hoch, hoch, und, hoch, und, da machen wir feines Kreuz jetzt, und, vier Beine, und, ein, sehr gut, und, Ich muss nach außen gehen, den Bauch ausgehen. Ganz schön anstrengen. Weiter geht's. Beine sind wieder. Angelegenheit der Vorgabe. Kopf nach oben. Ihr hält jetzt den Kopf. Und du gehst jetzt mit dem Ohrgabe mit dem Regen. Deine rechte Schulter, unsere linken Knie. Das ist weg beim Stress. So, das ist perfekt. Aus, aus, ein. Aus, und ein. Aus, und ein. Aus, und ein. Noch mal. Ein, vier. Super, genau. Rechts, nach. Genau. Jetzt reden wir. Ein, zwei, zwei. Noch mal. Ein, zwei. Wow. Zwei. Letzte. Und, komm. Sieben. Sechs. Wieder runter. Fünf. Gut. Eher. Drei. Jetzt sind wir gerade mit dem Trieb, oder? Schauen wir mal nach. Acht. Acht. Zwei. Sieben. Befest. Sechs. Fünf. Halt durch, halt durch. Komm. Vier. Drei. Drei. Und dann schon noch mal. Wir werden das wieder ablehnen. Ganz, ganz lang strecken. Jetzt steckst du den Weg hier. Und jetzt holen. Alles noch für die Baume. Genau. Jetzt gehst du den Bein nach oben. Jetzt erst mal mit dem Fußgelenk. Halt durch, halt durch. Und jetzt weisen. Zwei. Und strecken. Und dann gehst du in die nächste Ausatmung. Hohenkomme ab. Und die Schultern nach hinten. Baume nach hinten. Genau. Einatmen. Geht deine Arten nach hinten. Schleuch. Mit der Ausatmung kommt genau von die Seite nach vorne. Und du kannst deine Knie ziehen sie zum Knie. Streckst einmal mit dem Bein nach oben. Auch nach hinten. Ausatmen. Ganz. Wieder strecken. Einatmen. Ausatmen. Und ausatmen. Wenn du sagst, du möchtest eine Schiffel drauflegen. Dann schiebst du die Beine von hinten weg. Nimmst die Arten nach hinten. Das spürt man schon ganz gut. Du atmest einatmen. Mit der Ausatmung. Abziehen. Einatmen. Wegstrecken. Ausatmen. Anziehen. Und einatmen. Wegstrecken. Und du sagst, boah. Ich spüre viel zu viel. Ich bin dabei. Einatmen. Ja. Einatmen. Und ausatmen. Beine gehen dann 60 nach oben. Es ist etwas leichter. Ausatmen. Findet deine Toilette. Mit Double Leg Stretch. Einatmen. Und ausatmen. Super. Jawohl. Ganz ein bisschen. Streck. Und wieder ausatmen. Einatmen. Einatmen. Und ausatmen. Und ausatmen. Einatmen. 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 Wenn wir gerade wieder abgehoben haben, ist auch gleich den Kopf noch mal ganz entspannt zur Seite und drehen gleich links. Und ab. Jetzt zur Runde. Die Beine nach oben strecken. Die Atme ganz gemütlich. Die Fußgleiche kreisen lassen. Die Fußräume und strecken. Die Fußgleiche kreisen. Und dann unterfieh mit der Ausatmung. Die Oberkörper gehen nach oben. Du fasst hinter deinen rechten Oberschäckchen und deinen rechten Unterschäckchen ab. Was macht das jetzt? Ich guck mal natürlich. Atme es tief ein. Du ziehst mit der Ausatmung das Rechtbein ran. Und das Bindege in der Runde hinten weg. Guck mal. Zack. Ausatmung. Aus. Ein. Aus. Und ein. Sehr gut. Falls ihr es braucht noch geht, nehmen sie die Beine nach oben rein. Und genau. Ausatmung. Aus. Ein. Aus. Und ein. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Aus. Ein. Aus. Schön. Und ein. Aus. Ein. Aus. Lassen wir die Beine noch mal hoch. Gehen hinterher aus, ab. Gehen jetzt noch mal beatmen. Gehen jetzt mit dem Kopf. Und du gehst die Schulter nach links. Steh zur Mitte. Ausatmen. Ein, steh, Mitte. Steh zur Mitte. Noch mal. Ein, zu hoch. Jawohl. Schön. Eins, ein, ein. Aus, und ein. Ein, zwei, drei, schön. Zwei, eins, ein, acht, wiederholen. Komm. Sieben, sechs, fünf. Perfekt. Vier, drei, zwei, und lösen. Steh zur Mitte noch mal ganz ganz nach. Und jetzt suche dich mal nach oben, den Arm zu richten. Oder stumm zu. Dann streckst du die Beine ab. Habe die Füße mit fest. Arme, da oben. Stehe die Pläne. Und halte die Branche. Zwei, zwei, drei, drei. Und ausatmen nach oben. Wir halten. Strecken noch mal ganz, ganz. Mit tiefer der Ausatmung, keine Schuppertie. Einatmen. Ausatmen. Versuch, das zu vermeiden. Soll ich jetzt ganz klar. Gehst du so weit, bis es nicht angenehm ist. Und wieder wirklich dranbleiben. Sehr gut. Ja, gut. Du kannst es mal gut. Eine Wechsel in den Nägel, kriegst du dir ein Loch in dein Öl. Und schön ein Band. Und kannst du dir das holen. Ja, hältst du dran. Zieh dich ganz schön lang bis vor. Sehr gut. Langsam wieder lösen. Lass die Füße aufsetzen. Das ist so ganz reißig. Ich glaube, es geht euch gut. Braucht auf der Hohen. Wie auch immer ihr seid. Lass die nächste, kommt nochmal die Bauchmusik ein bisschen entspannt. Wir gehen an den Popo, ja. Auch hier bleiben wir den Rückenkopf. Nächste Team. Noch mal schön ein bisschen los. Und wir lassen die Füße auf. Setz die Füße auf. Spann. Kannst du ab und kippst du deinen Rückenkopf. Drehst du die Beckenwärme an. Gleich gut. Lass ruhig die Beine. Und bitte nach außen feiern. Also die Schultern schön. Zurück sind fahrt. Aber die Füße ein bisschen mehr. Lass die Beckenwärme an. Und jetzt guckst du ruhig ein. Auch die Zehnstücke. Geht die Beine an. Das ist Spannung hoch. Ratsch. 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 Was machen wir? Jawohl. Das ist wirklich gut, oder? Gut. Sehr gut. Jetzt. Jetzt. Perfekt. Perfekt. So. Nächste Runde, bitte stoppen, oder? Also, noch mal Waffe, die wir ganz schön raus. Arme, wenn wir in den Hügel verhandeln, bitte die Knie an euch, steigen nach oben, Schultern zurück. So, das Becken kippt, nach oben auf, oder? Rechte Fuß, fliegt aus dem linken Knie, fliegt nach oben, gut. Spann wieder an mit der Ausatmung. Geht die Vorlinks tief. Tief und hoch. Tief und hoch. Tief und hoch. Ausatmen und rein. Tief und hoch. Tief und hoch. Tief und hoch. Hoch, schieben und hoch. Noch mal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Wiener. Noch mal. Drei. Zwei. Und wieder lösen. Der Lekker muss wieder absetzen. Noch mal langsam gehen. Wir sind nach unten. Beide Knie ziehen noch mal ran. Und dann entscheidet du so, die sich zu runter und dann zu lang. Bei dieser Variante, also angekündigtes Bein, drüßt du auch die nächste Schippe drauf. Und streck das Bein an oben an. Warte. Bisschen aufzustellen. Stimm dann zurück. Angelegen nach oben. Nachbarn auffallen. Von hier wandern deine Füße ein bisschen mehr. Und hoch. Bei beiden Arten mit deinem rechtes Bein nach oben oder nach zu. Das entscheidet sich. Nach oben, nach oben. Bein geht hin. Sehr gut. Mitte aus. Achtung, hier verwurte ich es wieder. Nach unten. Los gehen. Von tief. Hoch. Tief. Ausdruck. Ausdruck. Ein. Aus. Und ein. Mal. Wieder. Ein. Zun. Zwei. Jawohl. Ganz bisschen noch. Acht. Sieben. Wechseln. Tief. Und hoch. Letzten. Ja. Drei. Schön. Zwei. Und lösen. Rechen Fuß. Arztländer. Und wieder. Zack hoch. Und jetzt hoch hoch. Als die Seite jetzt linkweinsstrecken oder Beuge. So wird es für dich angenehm. Es ist kalt. Aber wirklich schön anspannen. Bauchstabend. Lass wieder. Uh. Tief und hoch. Los geht's. Gut. Tief. Gut. Perfekt. Ausdruck. Ein. Aus. Hoch. Und eins. Aus. Annen. Aus. Und noch acht Stück. Sieben. Letzten. Sieht so leicht aus, oder? So richtig abstreckt. Uh. Sehr gut. Lösen. Licken Fuß absinnt. Ganz, ganz klar. Das geht wieder ab. Oder? Zieh beide Knie lang. Also pust du nach. Und beant. Und beant. So richtig ab. Na, fertig. Stell dich ganz lang aus. Schieb die Füße in die Kette. Nach dem Bord. Und auch noch nach oben. Spannst du auch noch die Füße an. Tief und einatmen. Ausatmen. Komm nach oben. Bisschen weg die Wand. Einatmen. Ausatmen. Schulter ziehen. Ein. Ausatmen. Wehe nach vorne. Und vorne. Röke schön. Warten. Warten. Ausatmen. Und ein Stückchen zurück. Die Füße. Super. Langsam wieder auf. Und oben. Ein bisschen auf. Und so weiter geht's. Oder? Super. Wir haben ganz klar gesagt, weil wir genießen das Bord. Wir können es aber ganz gut noch mal heilen. Und so weiter geht's. Auch ein bisschen anklicken lassen. Also, die Füße hier bitte einen Moment erholen. Und auch wieder, oder? Genau. Schlafst du deine Beine an nach oben. Müsst du den Kreis lassen. Dann muss ich schon immer rumzudecken. Und dann hebst du deine Oberkörper an. So oder so. Ja? Das habe ich angegeben. Die Beine gehen ein bisschen tiefer. Du hältst sie. Du hältst sie. Abwürst. Die Beine aus. Und dann atem mit deinen Beinen zu können. Super. Sehr gut. Spann ab. Super. Sehr gut. Auf die nächste Runde kreuz die Beine. Kreuz die Beine. Super. 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 Haffst du dich mehr schickst? Dann schneid's noch. Den Anliegen. Super. Noch acht Stück rum. Dann geht's noch ein bisschen. Jawohl. Vergiss nicht zu atmen. Eine Pause atmen. Letzte Mal vielleicht auch mal kurz nach fronten. Cool. Sehr gut. Ein und Ausatmen. Zählzeiten. Drei. Zwei. Boah, muss reichen, oder? Genau. Wenn die Arme in den Kopf. Beine Handschreiten. Sehr gut. Letzte Runde der Rückenleiter. Und die Füße ganz zentren. Mit dem Rücken, oder? Letzte Runde. Kommt wieder langsam nach oben. Füße bei der Rücken hinter. Und die Schnauende werden etwas nach oben. Die Zählspitze. Gießt tief und alle Füße nach außen. Okay. Schluss geht's, komm mit hinten. Schief. Hoch. Außen. Innen. Schiefen. Back underdruck. Dann kannst du das so schön zubauen, ob deine vier Minuten sagt, und dann legst du dir das mal nach außen. Ja? Begegnet sich tief. Hinten, aber auch ohne. Da oben schon mit die Handstränge. Tief, hoch, außen, innen. Tief, hoch, außen, von innen nach nach. Tief, hoch, außen, innen, tief, hoch. Nur nach außen, nach vorne. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, gut. Drei. Also jetzt die Füße, die ich liebe, da lehnt man nachher raus, dann geht sie nur auf die Fersenbitte. Acht. Kann ich dich schön nach oben nehmen? Okay, alles noch mal von unten an? Für den Kintan? Super. Jawohl, gleich noch mit zehn Stücken. Tief, acht. Tief, acht. Schön. Ausatmen, rein. Tief. Tief. Sensationell, nochmal. Tief, hoch. Genau. Jetzt achtmal nach außen, hoch, hoch. Höffnen, schliessen. Höffnen, schliessen. Höffnen, schliessen. Höffnen, schliessen. Höffnen, schliessen. Hals halten. Mit vier. Sehr schön. Zwei. Und langsam wieder lünner sitzen, tief. Hinten. Glocken. Das Beide hier nochmal anziehen. Perfekt. Und wir gucken mal das Nocken wie es sich in die Hünde zukommt. Bitte noch ohne Schwung. Sehr gut. Das haben wir schon mal. Bauch auch was trainiert. Pokoran was trainiert. Sehr gut. Lassen wir ihn jetzt runden, weil irgendwie ein Füßlerstand geht. Schau mal, dass deine Hände nicht vorne sind, sondern schüttelig Schulter positioniert, indem du deine Hüfte über den Knie gerettet stehst. Und das Grund ist, um auszuatmen, das ist ganz nach dem Hüten. Einatmen. Der Bauch. Der Brückenkopf nach vorne. Der Bauch. Das machen wir so. Arbeiten. Hinten aneinander. Ausatmen rein. Ausatmen. Ja. Das ist schön. Langsam. Bleibt dann hier. Aber setzt die Zehenspitzen im Boden ab. Ausatmen. Ganz tief rein. Und jetzt bitte ausatmen. Einfach mal rein. Klieratmen. Nichts machen außeratmen. Und reiten. Sehr, sehr gut. Klieratmen. 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 Das ist schön. Das ist auch ein bisschen nachhaltig sein. Wenn ihr kein Stand will, gibt es nicht. Wir können hin. Wieder unten. Tief. Hoch. Ausatmen. Rein. Aus. Und rein. Aus. Und rein. Super. Schön. Ja. Einmal die wir hier probieren machen sollten. An den Brüchen auch unterarmt. Und sich auch unterarmt. Genau. Acht. Ja. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Schön. Drei. Derfett. Versuchen nochmal, hier zu halten. Einfach mal den rechten Fuß. Auf den linken. Ab. Drauf. Auf. Und das selten mal auf der anderen Seite. Rechts wieder absetzen. Super. Absetzen. Einatmen. Ausatmen. Die Knie. Auf den Boden. Schieb den Boden an den linken. Mach dich mal ganz, ganz klein und ruhig. Sehr gut. Und richtig. Oberkörper wieder auf. Die Schultern ein bisschen kreisen. Ausatmen. Und wir gehen wieder zurück. In den vier Füßen. Ja. Super. Mit der nächsten Einatmung streckst du dein ganzes Bein. Nach hinten ab. Ein hübsches Stück gerade. Ein linken Arm nach vorne. Ausatmen. Machst du ganz deine Fins. Nach oben. Ja. Dein Bein. Und dein Arm. Super. Und hältst du bei dir mit deinem Arm zum Nachdenkopf. Wenn du fragst, dann versuch mal einen linken Fuß in den linken Unterstrecken anzulegen. Spann dich hier an. Mit dem Bauchwarten nach hinten. Halte. Tief ein. Ausatmen. Ausatmen. Sehr gut. Das ist gut. In der Abfall zum Nachdenkopf. Wenn du sagst, mit der Ausatmung wieder vorne. Ellenbogen das Knie vorbei. Einatmen und Arm strecken. Ausatmen. Hübschen. Einatmen und Arm strecken. Und ausatmen. Und ausatmen. Hübschen. Hübschen. Und einatmen. Und wieder ausatmen. Schön. Einatmen strecken. Und ausatmen. Und letztes Mal. Tief einatmen. Und ausatmen. Sehr gut. Seht nicht einmal. Ein bisschen besser segnen. Das Klakier. Hübschen. Hübschen. Unter den Schultern. Du hast dich nachzuwechseln. Gestreckst dein links Bein raus. Ohne. Aktiv. Ja, deine Hübschen auszuwählen. Stell dir vor, hier unten sind Schaltwerber. Die Schaltwerber gelaufen nach unten zum Kopf. Nebenkörper kraft. Unter der neben der Schulter. Der rechte Arm ist gestreckt. Du bewegst mit deinem Bein, deinem Arm. Das ist deine Rücken. Ein bisschen Ruhe. Sehr gut. Versuch den Außenkopf, nicht mit dem Nacken zu isolieren, den Kopf in der Karriere-Salle zu lassen. Dann streck dich noch mal nach, so wenn du könntest, versuch auch hier, den rechten Fuß, die rechten Unterstände zu lösen. Und absetzen. Einatmen. Ausatmen. Und ein. Und aus. Tief einatmen. Und wieder ausatmen. Und ein langes Stück ein. Und ausatmen. Schön. Wieder raus. Zwei, drei Mal mehr. Und wieder einatmen. Und aus. Ein letztes Mal. Zwei, steck dich lang. Und dann setz die rechte Hand auf dein linkes Knie. Schieb die Uhr nach hinten. Noch nicht mehr ein Moment. Und rutsch dein Blättchen. Und langsam. Den Oberkörper wieder anheben. Und langsam. Schocken Sie euch gut, ihr habt noch Spaß. Bleibt da. Wir haben hier nochmal in die Knappe. Dann haben sie auch keine Knappe. Genau. Wie gesagt. Und jetzt weiter. Lass vielleicht mal das Wort jetzt unter anderem gucken. Anfange, schreckst deine Beine lang aus, und jetzt, den Atem, den Friesen, sehr, sehr gut, ja, ein bisschen noch, ja, wenn du merkst, die Kaffee des Haaren, wenn du deinen Beinen rollen, über den Bogenbaum kannst du nach oben schieben, versuch hier zu halten, gut. Abkommen von hier auf deine Hände, atem ein, schieb dich aus, deine Hände in das Spitzenlafen, der Rausche in deinen Mund, sehr gut, und dann wieder zurück in den Klafen, atme ein, halte hier, und mit der nächsten Aufatmung, du ziehst deine Kühle weg, du bist nach vorne, rechts, zusammen, links, innen, links, und rechts, links, rechts, rechts, ausatmen, und aus, und einatmen, aus, ja, gut, also wenn es wieder zurückkommt, atmest du aus, super, So, letztes Mal, und lösen, wieder auf die Knie, auf, und dann werden wir jetzt den Atem durch meine Hände strecken, und dann kommen wir nach oben, kann sein, dass ihr das jetzt mit Handgelenken spürt, dass sie mal so ein bisschen entspannen, einfach mal so ein bisschen drehen, Was sich auch schön anfühlt, die Handgelenke zu denen ist, ablegen, und dann lässt du entweder die Finger nach rechts, links, außen zeigen, oder drehst die Fingerspitzen zu den Knien, das, was macht er uns. und dann den Knie, die dritten, das, was wir da tun, und dann geht er noch mit der Knie, ganz im Vierfüßlerstand rein, jetzt nochmal so, vielleicht mal achten, dass es vielleicht rennt, nicht schön, dass man das ansteht, Und wenn du da richtig anspringst, ein bisschen was mutig ist zwischendurch, ja? Du streckst einen Arm und deine rechte Arm nach oben. Und schließt ihn jetzt mit der Ausatmung einmal durch den linken Arm, ja? Also du legst deine rechte Schulter auf und deine rechte Schläge nach oben. Und dann streck dich den rechten Arm nach oben, streck dich. Und ausatmend, wieder mit durch die Lüge. Rechte Schulter, rechte Schläge liegen. Ganz am Hut, die rechte Arm, die rechte Hand. Ja, mal wieder nach oben, noch einatmen. Ein letztes Mal. Ausatmung, schließt den rechten Arm wieder. Aus die linke Seite. Super. Einmal wechseln. So. Die rechte Arm gehen nach oben, steck dich da. Gute Ausatmung. Gelegt an. Auf die rechte Seite bringen. Schulterschläge am Boden lassen. In der Schulter nach oben einatmen. Und ausatmen. Und ausatmen. Geht in die Würze ziehen. Sehr schön. Und zurück in den Gehmeister. Machen wir alles nochmal von vorne. Dann haben Sie zu. Dann kommen wir an. Werden Sie gemütlich. Dann gehen wir hier noch an. Und im Sinne der Ausatmung vielleicht ein bisschen mehr Richtung Boden. Schrecken dann die Beine zu. Besser nochmal das Recht in die Richtung Nasen stützen. Okay. Hier halten Sie den Zehenspitzenboden. So. Was auch hilft, wenn das Zuglergebeben sein soll, dann kann man auch den Fäusten abschüllen. Ja, wenn wir uns den Degel haben, was wir dann erwähnen. Schüttchen auf den Fäusten ab und hältst hier. Ja. Wichtig ist, dass du weiter atmest. Nicht die Luft anfällst. Genau. Und jetzt springen wir die Knie wieder rum. Heben hoch, tief, hoch, tief und hoch. Ausatmung rein. Ausatmung rein. Ausatmung rein. Ja. Drei. Super. Zwei. Schau mal auf. Schau mal auf. Ein bisschen wechseln. Rechts, links. Rechts, links, rechts. Und links. Immer wechseln. Knie nach unten. Sehr schön. Gut. Genau. Drei. Drei. Wir haben das geschafft. Super. Der zweite Knie wieder ab. Schiebe den Vorderringen. Der Arbeiter nach vorne oder hinten. So wie sie sich an die Hände. Die Hände. Gut. Die Hände. Die Hände. Spitz. Gut. Die Hände. Die Hände. Dann in die Platte gehen die Alten zunächst wieder lang. Ja. Kommen wir auf den Unterarm. Warten. Wie habt ihr denn jetzt hier zu schonen? Im kleinen Moment. Genau. Kommen Sie da auf. Unterarme. Streckst die Beine lang. Die Nusserfunk. Stange hier. Dann lang hier. Ach gut. Ja. Die Beine allein noch. Kanten. Halten. Die Beine ausatmen. Sehr schön. Sehr gut. Noch ganz, ganz knapp. Du ziehst zusammen. Richtig schön. Richtig schön. Und hier mit der Seile. Da vorne. Und komm jetzt, wenn du möchtest, auf deine Hände. Und dann geht's los. Rechts nach raus. Strecklich. Ausatmen. Ein. Aus. Ein. Aus. Und ein. Rechts. So. Links. Und dran. Ausatmen. Ein. Ausatmen. Hier. Letzter. Ein Stück hoch. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und absetzen. Genau. Erstmal wieder. Stimme in den Spanien. Und. Drei. Zwei. Drei. Drei. Zwei. Drei. Drei. Zwei. Und。 Heencedion. Zwei. Bedeut. Zwei. 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 Wenn der Lüft noch mal ein bisschen voll, wenn du das so leckst, wenn du das so karselst, wenn du das so krasselst, du kannst die Backen aufrollen. Genau. Stütz wieder an. Geh dran, kannst du dir wieder den Kopf nehmen, wenn du legst die Klammer. Jetzt kann ich dir ein bisschen weg. Genau. Warte, das geht rein, raus, rein. Also den Bauchlafen nach dem Himmel. Ich drücke mein Rad in die Hänge hier. Wenn ich sage, zum Beispiel der Ausatmung geht es um Adem. Ja. Genau. Und sechs Arzt für alle. Ja. Steig mal in die Hände. Seh ihn richtig nach. Ja. Und alle. Genau. Wie gesagt. Ablegen, ganz gemütlich. Ja. Von hier, ein bisschen durchgestoßen, zu ran, zu kreisen. Ja. Das füllst du mit deinen Zehkreisen. Andemal. Zehn mit. Hinz in die Hände. Mal schön die Kreise. Genau. Sehr gut. Mal schön die Kreise. Mal nochmal die Richtung ändern. Ja. Ja. Du spürst dich schon ganz gut. Denk ich mal. In der Seite. Super. Lass uns mal von Anfang an. Wenn du mit den Paddeln. Perfekt. Perfekt. Super. Hier. Ja. Ja. Es ist ja wohl nur nach vorne reisen. Komm. Noch mal ein richtiges Wechsel. Ja. Und dann halten die Beine oben. Nur oben halten. Sehr gut. Und wenn du mit den Arm in die Nacht ausgestreckt bist, mal nach vorne. Lass uns mal nach. Zieh meine Tüche in der Arm. Leg die Hand in die Flüche. Lass uns mal nach. Lass uns tief ein. Und mit der Ausatmung. Mit der oberen Arm. Und andere Seite. Und verschließen. Genau. Die Beine ausbrechen. Ausatmen. Und verschließen. Letztes Mal. So. Okay. Die Hand stützt dich. So dass du dich nicht aufrichtig hast, was du dir da oben aufrichten kannst. Und du hast jetzt einen Unteratmerformat. Den schau mal, dass er dich hin gibt. Und auch hier. Acht wieder drauf. Deine Schulter. Von deinem Ellenbogen. Genau. Von hier. Achtest du ein. Und mit der Ausatmung. Legst du deine Lücken ab. Und streckst du den Arm nach oben. Entscheide. Worauf du nach oben zur Decke schaust. Du kannst dir vielleicht angenehmer auf jeden. In die Masse zu schauen. Atmest du tief ein. Und mit der Ausatmung schießt du den Arm. Durch die Lücke. Auf die Atmung ab. Mit der Atmung. Mit der Atmung. Mit der Atmung. Und instead strecken. Einatmung kam zur prórexelnic rallye. Das Urebein nach. Strecken. Atmest ein. Zrozess ich aus, undnen die operating da mit. Tecala. Etmest ein. Oder schieß dich aus, conscient mili die positie Errung. Verneанс aus. Und wieder so. Einatmen aus. Gestreckt. Einatmen aus. Oder an zu oben. Super. Richtig schon hier durchziehen und lösen. Sehr gut. Beide Schultern kreisen. Lass die Seite wechseln, ja? Furchtbar ein Stückchen dringend zwischendurch hier zu Hause. Genau. Sehr gut. Okay. Bewege sich dann noch mit den Hüten auf. Pass den Arm nach, strecke oder stütze den Kopf. Die Hand nehmen jetzt die Hand zu vorne. Beide Lassstrecken, Sehenspitzen-Lassstrecken einatmen. Ausatmen und annehmen, ohne mit dem Rechen abhängig zu flutschen. Und dann ist die Hand zu teilen. Genau. Sehr gut. Super. Perfekt. Lass dann wieder davor diese Krise schreiben. Schön zusammenlassen. Gut. Sehr gut. Und die Hüte nochmal wechseln. 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 Sehr gut. Mit der Hüte nochmal wechseln. Noch ein bisschen. Und die Hüte. Andere Seite um die Schulter abzunehmen und verschließen, einatmen und wieder ausatmen und wieder einatmen und wieder ausatmen. Und wieder ausatmen und wieder ausatmen und wieder ausatmen. Und mit deiner Ausatmung schieb deinen Arm wieder durch die Lüge auf die andere Seite. Richtig aufatmen ein. Und ausatmen. Das streckt ein. Und hier ausatmen. Und hier, wenn du möchtest, beim strecken, ausatmen. Und das Bein an. Beim Atmen nach strecken, ausatmen. Mit deiner Variante. Bein. Gut aus. Zum letzten Mal. Beim Atmen. Ausatmen. Wieder strecken rein. Absetzen. Sehr gut. Schultern zwischen die Kreise. Perfekt. Füße ausatmen. Hier geht noch ein Runde ab in den Bauch. Ein bisschen was schnirft in den Rücken. Legst dich erst mal ein. Dann sind die Spannchen ab. Die Fußflüge sind in den Boden. Sie schnirren hier vom Boden. Aber die Ellenbogen liegen hier auf der Matte. Die Augen nach verschieben. Die Ausatmen. Mal gehen. Ablässchen alle Fäßen. Oberstamme an. Schau mal hier. Die Ellenbogen hier. Die Ellenbogen liegen hier auf der Matte. Ausatmen. Ausatmen. Sechs Finger wieder ab. Noch einmal zum Anhegen. Ausatmen. Wieder tief. Wieder einmal zum Anhegen. Ohne die Fäße zu lösen. Ausatmen. Einmal zum Anhegen. Ausatmen. Bis nach vorne gerichtet. Ausatmen. Ausatmen. Zwei. Wiederholung. Einmal zum Anhegen. Ausatmen. Letztes Mal. Ein. Und ausatmen, wenn die Hände ein bisschen nach vorne zu deinem Kissen und Atme in die Nase respektieren und dann ganz entspannt, Fels und Wies zu gehen. Gut. Bleib hier, Fußrücken sind im Boden. Hände auf dem Boden, unsere Arme in den Boden. Einatmen, zieh den Körper ab, neig so. Spann den Körper ab, Karsch in den Rücken, Bauch in den Lachen, zieh da hin. Rausatmen, nehm deine Arme ab. Bleib so, steck die Hände davor, bleib mal ein. Und ausatmen. Jetzt den Weg dann unbedingt, einatmen. Und ausatmen. Wieder strecken, einatmen. Und ausatmen. Langstrecken. Riechelst die Arme ab, zieh sie nach hinten. Ja, einatmen. Und ausatmen. Bleib an ihr Atme ein, in den nächsten Aufatmen. Hebe deine Reine an. Halte, zieh den Bauchlangen nach innen. Ausatmen. Rausatmen nach hinten. Riech nach unten. Strecken lang, einatmen. Und aus. Einatmen. Und aus. Super. Zweite Erholung. Ausatmen. Letzte Mal. Ausatmen. Beine wieder, die Arme nach hinten. Nach hinten raus. Aus. Zieh nach unten. Hebe das Fuß rein. Etwas mehr. Ausatmen. Ausatmen. Geh die Beine wieder Atmen. Und wieder Atmen. Ausatmen. 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 Und jetzt geht's hoch. Jetzt geht's hoch. Der herbein. Jetzt bitte Ausatmen. Bei den rechten Atmen, die die Beine an. Seit expiner Atmen. Einatmen. Und ausatmen. Aus. Und ein. Und raus. Und rein. Aus. Und drinnen. Halt die Spannung in der Kopf am Mittelfaufnahme. Klipp zu lassen. Perfekt. Ja, ganz ein bisschen noch. Super. Nichts, ich bin ein bisschen los. Bitte ausatmen, die Hände zu fahren. Einmal ein paar in den Arm. Ein letztes Mal. Und lösen. Und die Hände wieder auf der Brust. Und die Schüler sagen, mal hinten einatmen. Ja, wir gucken mal ausatmen. Schieb nur den Bruch nach hinten. Arme nach vorne. Sie halten. Super. Letzte Ansteigerung, die ihr in den Bauchhälen habt. Aus der Nachbundschiff. Und deine Arme nach vorne. Ach, du brauchst das sehr langfristig. Auch, dass du dein Längelst in den Lacken kochen kannst, wenn du dir in den Lacken kochen kannst. Und wenn du dir in den Lacken kochen kannst, wenn du dir in den Lacken kochen kannst. Und die Arme nach vorne. Und die Art ist ein bisschen. Und jetzt durch die Ausatmen, die beiden Arme auf. Hoch. Tief. Auf. Und ab. Hoch. Und tief. Den Lacken, die Fliege. Wir wissen, dass die Variante von Dragen macht. Die Bauchnabend sind an der Tief. Hoch. Tief. Hier nochmal. Rechte Arm, dieses Bein. Lieber Arm, rechte Zwei. Hoch. Und tief. Auf. Ab, hoch, und tief nochmal, hoch, tief, ab, hoch, letztes Mal halten wir die Arme jetzt noch einmal nach hinten, ausatmen, sehr, sehr gut. Wieder atmen, die Hände auf der Fuß, einatmen, schieb dich aus, ab und zurück, und hier halten. Sehr gut. Wow. Okay, lass hier bleiben. Ihr hört es in der Musik, es ist ja ukelig. Wir legen uns nach dem Rücken und dehnen nochmal, richtig schön. Genau, kannst du auch hier wieder ein Hilfsmittel nehmen, T-Shirt oder ein Handtuch, um euch die Beine im Rücksack zu drehen. Lass mal die Füße aufgestellt, nimm mal die Arme, ganz lang in den Kopf, ein bisschen Atem, ein bisschen ruhiger werden. Lass mal die Beine im Rücken, ganz lang in den Kopf, rechten Fuß auf den linken, kniege an den Oberschenkopf und fass von dir in deinen Liebes rein und ziehst mit der Ausatmung das Bein, ganz vorsichtig in die Hand. Ein bisschen Neugrückung und rückwärts hin nach. Genau, lass die Seite wechseln, das Bein andingen und abdrehen. So, die Leiderfüste wieder aufstehen, die Garnet gehen mal zur Seite, abends, tippt ein, lässt bitte ausatmen, wenn ich gleich die rechte Seite vorhin bließe, den Urkörper mal nach links. So, die Leiderfüste wieder aufstehen, die Garnet gehen, die Garnet gehen, die Garnet gehen, die Garnet gehen, das ist, dass wir nach der Leiderfüste wieder aufstehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020